Mit Rahmen gestalten Rahmen grenzen Fotos von anderen Inhalten ab. Sie sind Dekorationselemente und fassen Inhalte zusammen und sie gestalten natürlich deine Seiten mit. Um ein Foto zu rahmen, klickst du es zuerst einmal an. Im Bereich Dekorieren liegen die Werkzeuge für Rahmen, Schatten und so weiter. Aktiviere die Funktion und nimm nun deine Einstellungen vor. Sollen diese Einstellungen nicht nur für ein Objekt gelten, klicke auf Weitere Funktionen. Nun kannst du auf Über weitere Objekte anwenden festlegen, welche Inhalte mit geändert werden sollen. Bestätige deine Einstellungen mit OK. Rahmen lassen sich jetzt auch in einem Foto einfügen oder mit Abstand um ein Foto platzieren. Wenn du auf die Position klickst, kannst du hier auswählen. Rahmen innen mit Abstand oder Rahmen außen mit Abstand. Das wirkt besonders bei großen Fotos sehr schön.